Herzlich Willkommen bei Kochen in Wien TV. Ich bin die Judith, der Hubert. Wir beide betreiben Kochen in Wien, einen Kochkursveranstalter und heute stellen wir euch ein Wiener Rezept vor und zwar Rindsroladen und weil wir es immer eilig haben, um von einem Kursort zum anderen zu kommen, machen wir das im Schnellkochtopf. So, wir haben da schon ein bisschen was vorbereitet. Hubert, du hast das schon schön aufgeschnitten. Was hast du denn da aufgeschnitten? Also Karotten, gelbe Rüben, Gurkerl, Zwiebel, Kapern, den Schinken vorbereitet und das Fleisch muss noch geklopft werden. Genau, das machen wir jetzt gleich als erstes, oder? Du musst halt aufpassen, dass du den Daumen nicht dazwischen hast und ich richte mal den Senf, den du dann gleich zum Bestreichen brauchst. Also jetzt wird der Schnitzel am Rand ein bisschen eingeschnitten und gleichmäßig dünn geklopft, lassen sie sie dann sehr schön rollen. Und gleichmäßig durch sind es dann auch. Und gleichmäßig durch sind es auch. So, jetzt brauchst du einen Senf, ne? So, dann gleichmäßig mit Senf bestreichen. Das duftet schon gut. So, jetzt hast du es schön verstrichen. Ja. Jetzt holst du mal den Speck, schönen Tiroler Speck. Und jetzt haben wir noch die schönen Funken in Prudenzia, Karotte, Gelbe Rüben und Essiggurken. Jetzt wird das Ganze schön gerollt. Und ich habe schon einen Zahnstocher für dich. Dann tun wir das jetzt fixieren. Einfach geht es natürlich mit den Rinsoladen, Klammern, die es da gibt. Aber wenn ihr es nicht habt, tut es einen Zahnstoff genauso. Müsst ihr halt ein bisschen mehr Kraft anwenden. Aber nicht vergessen, bevor man es serviert, es auf jeden Fall herauszunehmen, damit keiner eurer Gäste da drauf beißt. Das schmeckt ja wirklich nicht gut. Weißt du was, tun wir den Rest einfach in die Sauce schneiden. Was hältst du davon? Da haben wir noch ein paar Gemüsereste. Tun wir es einfach klein schneiden. Außer die Essiggurken, die gehen wir nicht in die Sauce. Die Kapern tun wir auch klein schneiden. Und jetzt? Und jetzt haben wir das einmal scharf anbraten. Das machen wir einfach gleich im Schnellkochtopf. Geben wir ein bisschen Öl rein. Machen es heiß. Und während du das schneidest, wird es warm. Und ich tue das von allen Seiten anbraten. Wenn es sich dann löst, kann man es wenden und schön rundherum anbraten. Jetzt ist es rundherum angebraten. Wunderschön. Schön. Dann nehmen wir es raus und die Röststoffe retten. Hier ist noch ein bisschen Öl drauf. Nicht viel, danke. Das reicht schon, dass es sich ein bisschen löst. Jetzt kommt der Zwiebel rein. Das alles, was du da so schön geschnitten hast. Und das röst man jetzt alles schön an. Gibst du mir das Gemüse, Hubert, gleich rein. Ich nehme das Mehl zum Stauben. Bis zum, damit man dann eine schöne Bindung kann. Weil es ja ein Schnellkochtopf ist, brauche ich nicht so viel Flüssigkeit. Gib das einmal rein. Schau, jetzt löse ich das Ganze. Die Röststoffe bleiben drinnen. Jetzt können wir die Ringsoladen reinlegen. So. Den Speck. Und am Schluss die Kapern. Und einen guten Saft. Dann verschließen wir das Ganze und lassen es 20 Minuten lang im Schnellkoch da pöckeln. Also die 20 Minuten sind vorbei. Das ist jetzt schnell gegangen. Das Gericht ist fertig. Ich habe in der Zwischenzeit die Nudeln gemacht. Und jetzt schauen wir einmal, wie es ausschaut. So. Ich werde den noch einmal kurz in Butter anpacken. Schau, wie schön das ausschaut. Sie sind wunderschön geworden. Weich. Und aus dem Saft pürieren wir jetzt mit dem Stabmixer. Nehmen wir das einmal raus. Dann machen wir eine Sauce. Schön rausnehmen. Das schaut super fein aus, muss ich sagen. Und eine paar Patelle wären auch schon. Die sind auch gleich fertig. So, jetzt machen wir das einmal mit dem Stabmixen. So, jetzt müssen wir es noch ein bisschen binden und noch einmal aufkauen mit ein bisschen Sauerrahm und Mehl. Den rühre ich mir da ab und du schaust einmal die Zahnstocher heraus vielleicht. Rühren wir das miteinander ab, dass der Sauerrahm nicht ausflocken kann, wenn er mit Mehl gebunden ist. Und hinein in unsere Sauce. So. Sehr gut. Teste nochmal mit dem Stabmixer. Dann kann gar nichts passieren. Dann gibt es keine Brötchen. So, meine Sauce ist fertig. Ja. Das schaut aber schön aus. Hubert, du hast dich ja selber übertroffen. Ja. Und sogar pumpt. So. Genau. Punktes Essen ist ja das schönste Essen. Soße noch drüber. Und dann sind wir fertig mit dem Stabmixen. Dann haben wir die feine Sauce mit Rahm und eine schöne Rindsuppe. Und Benin. Schau, ich habe da noch ein grünes Blättchen. Damit es dann besonders appetitlich ausschaut. Perfekt. Also. Liebe Leute, probiert es einmal zu Hause. Ihr habt es gesehen. Geht ganz schnell. Wie lange haben wir es braucht? Halbe Stunde. Halbe Stunde und fertig. Und fertig war es. Und ein typisches Wiener Gericht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Judith und Hubert von Kochen in Wien. Tschüss. Tschüss.